Willkommen Gamer Freunde, ein frohes neues Jahr wünsche ich allen und ich hoffe viele von euch haben eine PS5 bekommen Aber leider Gottes, mittlerweile im zweiten Jahr ist sie immer noch nicht auffindbar und sehr schwer zu bekommen Daher greifen viele zu der DualSense Controller und vielleicht sind einige von euch auf mein Video gestoßen und haben abonniert Schöne Grüße an die und Thank you! Vielen, vielen Dank fürs Abo, haben versucht den Controller den sie gekauft haben an der PS4 oder am PC anzuschließen Jedoch wenn du es an der PS4 angeschlossen hast oder am PC hast du nicht die Möglichkeit gehabt mit diesen Methoden Die Features des DualSense auf der PS4 oder auf dem PC testen und erfüllen Das Problem mit dem Verbinden mit dem PC und mit der PS4 ist, dass du die Features von der DualSense gar nicht testen kannst Weil dieses haptische Feedback oder die adaptiven Trigger nicht in Kombination mit der PS4 oder mit dem PC funktionieren Ohne dass dafür diese Spiele und die Signale dafür gesendet werden Ich zeig dir eine App wie du dennoch Features des DualSense Controllers testen kannst und erfüllen kannst ob es was für dich ist oder nicht Solange du noch keine Playstation 5 hast Also bleib bis zum Schluss dran, like das Video schon mal und wir starten jetzt Was die App des iOS Entwicklers Rehab Mahbub dir ermöglicht zeige ich dir Okay Nachdem du deinen PS5 Controller über Bluetooth verbunden hast kannst du die App starten Dieses zeigt dir drei Untermenüs mit dem du die Vibration, das Feedback und die Trigger Funktion die hier als Weapon gekennzeichnet wird an Hier kannst du je nach Belieben den Threshold, die Frequenz, die Stärke des Widerstands und ab wann du zum Beispiel schießt in einem Spiel ändern Eine kleine Warnung, obwohl du auch den PS5 Controller auf dem Smartphone nutzen kannst und damit Spiele spielen kannst Kannst du diese Features die diese App anbietet nicht außerhalb der Applikation nutzen Wie der Name schon der App sagt, PS5 Controller Trigger Test ist die App lediglich zum Testen des DualSense Controllers und die Funktionalität und die Features des Controllers Für diejenigen die diese Features auf jeden Fall testen möchten und gucken wollen, solange noch nicht die Playstation vorhanden ist Wo bleibst du Sony, wo? So kannst du halt diese App herunterladen für 1,99 Euro im App Store Die App ist in Deutschland auch verfügbar, also kannst du sie auch da herunterladen Du brauchst nicht über ein anderes Land dich einloggen und dann die App herunterladen, das ist das Gute Und kostet lediglich 1,99 Euro Wenn du mehr solche Tipps, Infos und News zu der Playstation 5 haben möchtest Dann abonniere und like dieses Video, darüber würde ich mich sehr freuen Und kommentiere, ob du die Features des Controllers magst oder nicht magst Und wie immer Freunde, ciao